Ich habe mich bei den Dreharbeiten verletzt. Also ich halte, wenn man das also in Z-Sprache, ich wollte jemanden umpusten, habe das Ding weggetackelt und bin einfach hängen geblieben und hat es mich frittiert. Das ist die Z-Sprache, aber wenn man das normal seriös erzählen würde, würde es bedeuten, wir haben eine Szene gehabt, in der meine Partnerin hinter einer Tür bedroht wurde und umgebracht werden sollte. Und ich wollte die Tür auftreten. Das ging aber nicht, in dem Film, um sie zu retten. Und dann habe ich einen großen Feuerlöscher genommen und habe wirklich auf die Tür eingeschlagen wie nix, weil ja Gefahr in Verzug war, also mit einer großen Bucht habe ich das gemacht. Und wir haben den noch verkeilt, damit die nicht gleich aufspringt. Und dann beim finalen Schlag, wo ich dachte, jetzt springt sie auf, bin ich mit dieser Ausholbewegung in der Zarge hängen geblieben, mit dem Feuerlöscher. Und da hat es mir meine Schulter einfach zerlegt und die Bänder gerissen, die Sehnen und der Muskel ist nach hinten gehüpft. Und da war Ende. Da bin ich noch rein und Franco, mit dem ich ja, wir haben ja schon viele Filme zusammen gemacht, der hat mich nur gesehen und hat gesagt, was ist, ich sag es nix zu einem Dreh. Da habe ich gerade noch mit letzten Tag, habe ich noch die Waffe hochgehalten und habe dann noch geschossen, beidhändig, von der anderen Seite hat man es schon gedreht, da habe ich einhändig geschossen, aber das kriegt man geschnitten und so. Und dann war auch Ende, dann wusste ich, irgendwas ist. Dann bin ich nur nach Hause, das war an meinem Geburtstag witzigerweise, an meinem Tag. Am Abend hatte ich Geburtstag, das war Tag vor meinem Geburtstag und als ich nach Hause kam, kam ich schon so schief rein und meine Frau sagte, was ist, ich sag, alles okay, kein Problem. Aber am nächsten Tag war dann vorbei, da musste ich dann zum Arzt und dann bin ich auch relativ schnell operiert worden.